Koranrezitation Ja, schon längst Cool, ich habe ja gehört, du hast ja gesagt, wenn du neun bist, dann fängst du an, ne? Jetzt bist du schon neun Jahre alt? Ja Super, und? Im Juli Im Juli? Wann nochmal? An welchem Tag? Ähm, zweiten Zweite, hast du mir schon mal gesagt, ne? Weil ich bin auch im Juli geboren, 20. Juli Und ich kenne so viele Leute, die am 20. Juli Geburtstag haben Da habe ich, wenn ich Juli höre, freue ich mich immer schon Ich habe wirklich, ich habe in meinem Leben schon so viele Leute getroffen, die an meinem Tag Geburtstag hatten Unglaublich Gut, und? Alles okay? Ich muss sagen, ähm, darf ich gleich nach vorne stehen und was sagen? Also, mein Bruder Ja Ja, klar Okay Kein Problem Kannst du jetzt machen Willst du erstmal was zitieren, ja? Ja Vom Koran? Kleine Suche? Äh, ja Bakara? Nein Okay, dann fangen wir an, ja? Inshallah Ich bin Allah WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكون طفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى الله أكبر أبداً أنا أجب أن أتبعوا في الموتى لقد سأتبعوا في الموتى الله أكبر لكني أجب أن تبعوا في الموتى أحمد الله Maaşallah.